Hallo, willkommen alle zur neuesten Sitzung der Reihe zu den Filmen von Luis Buñuel, der Lecture- und Film-Reihe. Wir haben die große Freude, heute Javier Herrero Navarro zu begrüßen. Er ist ein großer Spezialist in Sachen Buñuel, ist promoviert in der Kunstgeschichte und arbeitet als Archivist in der Stadtsbibliothek in Spanien und in der Filmothek, also im Filmmuseum von Spanien. Er ist auch Autor von mehreren Büchern zu Luis Buñuel und zur spanischen Kunst und zum spanischen Kino im Allgemeinen. Darunter, ich habe ein paar Kopien hier, die er sehr netterweise uns geschenkt hat. Luis Buñuel in su archivo, also Luis Buñuel in seinem Archiv, Extremadura en el cine del blanco y negro al color. Das ist selbstverständlich. Ein Buch, also zwei Bücher, eigentlich zwei Teile, zur spanischen Region Extremadura, wo zum Beispiel der Film von Luis Buñuel Las Odes gedreht wurde. Er hat auch einen Beitrag in einem Sammelband zu Picasso und Aragon gemacht zum Thema Ja, zum Thema Picasso und Buñuel. Und er wird uns heute auf Spanisch sprechen. Mit einer sehr netten Übersetzung von Market. Ja, und wie normal haben wir ein Gespräch mit dem Publikum nach der Sichtung. Ja, also Vortrag jetzt, dann eine kleine Pause. Dann die Sichtung von El von 1953. Und dann das Publikumsgespräch. Aber zuallererst möchte ich Javier Herrero Nevado bedanken für seinen Besuch. Und wir freuen uns auf seinen Vortrag. Vielen Dank, Daniel Fairfax. Vielen Dank, Daniel Fairfax. Vielen Dank, Daniel Fairfax. Vielen Dank für die Einladung. Also, wir sind jetzt heute hier so wirklich autobiografisch unterwegs. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zwar hier in Frankfurt. Frankfurt war bis dahin immer so eine Stadt der Durchreise. Frankfurt ist für mich aber auch die Stadt Goethes. Und Goethe gehörte also immer zu meinen Säulenheiligen, so wie wir in Spanien sagen. Und da gibt's noch einen anderen Heiligen. Und der andere Säulenheilige und es war also jetzt kein Kirchlicher Heiliger, sondern ein weltlicher Heiliger. Und das war und ist Luis Buñuel für ihn. In Spanien, insbesondere in Teruel, wo er nirte, se nennt santo laico, und es gibt sogar die Kanonisierung. Ja, und in Teruel, wo Luis Buñuel geboren wurde, gibt es also schon Versuche und Bestrebungen, also ihn, und er wird dort der Weltliche Heilige genannt, also ihn auch zu kanonisieren, also wirklich Heilig zu sprechen. Ja, und dann ist es noch so, also bevor ich denn der große Buñuel-Spezialist geworden bin, war ich also schon ein Frankfurt-Fan, könnte man fast sagen, oder jemand, der von Frankfurt stark beeinflusst wurde. Ja, und einer meiner ersten Artikel, die ich geschrieben habe, und es geht auf das Jahr 1972 zurück, Das war eine Kritik von einem Werk von Walter Benjamin, das seinerzeit gerade ins Spanische übersetzt worden war. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt bin ich endlich hier in Frankfurt, und Adorno, der hat mich zeitlebens begleitet, nee, entschuldigung, Walter Benjamin hat mich zeitlebens begleitet, und ich bin aber auch sehr stark von Adorno und Marc Horkheimer beeinflusst, und daher ist es also für mich wirklich sehr bewegend, jetzt auch hier in Frankfurt zu sein, in dieser Stadt, wo diese Männer gewirkt haben. Ja, und wie sonst könnte ich also meine tiefe Bewegtheit besser ausdrücken, als hier zu sein. Ja, und ich will jetzt also nicht mich bei den preliminaren aufhalten, sondern jetzt richtig in das Thema einsteigen. Ja, und ich will das Ganze sehr autobiografisch halten, und das autobiografisch, also auch durchziehen, auch wenn es um den Film geht, den wir heute Abend sehen werden. Ja, und ich will das Ganze sehr autobiografisch halten, und das autobiografisch, also auch durchziehen, auch wenn es um den Film geht, den wir heute Abend sehen werden. Podrán reírse oder llorar de Rabia, pero creo que no va a dejar indiferente a nadie. Also, Sie können in dem Film lachen, können auch vor Wut heulen. Ich bin mir aber wirklich sehr sicher, dass niemand, also gleichgültig oder unberührt, aus diesem Film herausgehen wird. Y es que, tras más de 50 años dedicado al estudio del Arte y del Cine, he llegado a la conclusión de que los más grandes artistas son los que utilizan su vida como material básico a partir del cual entretener, intrigar, convencer, conmover o emocionar. Und ich habe jetzt also 50 Jahre Kunst und Film studiert und bin dabei zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die größten Künstler diejenigen sind, die also ihr eigenes Leben so als Grundlage ihres Werkes benutzen und davon ausgehend versuchen zu unterhalten, neugierig zu machen, zu berühren und zu bewegen. Muñuel ist einer dieser großen Artisten, weil sie dem Momenten, Situationen, Esos lugares, personas, objetos, animales, que en un determinado momento de su vida fueron significativos para él, junto a pensamientos, emociones, sensaciones, opiniones y demás elementos que pertenecen a su vida interior, a su intimidad, palabra clave de esta película, la intimidad, a su vida psíquica en suma. Also, Boniel gehört ja zu den Filmschafenden der Wiedererschaft, Neuschaft und wie gesagt von Situationen, Orten, Personen, Objekten und Tieren ausgeht, die in bestimmten Augenblicken oder einer bestimmten Zeit seines Lebens wichtig waren. Und wichtig oder ein Schlüsselbegriff seines Werkes oder insbesondere dieses Filmes ist die Intimität und auch das Seelenleben. Und davon, also, das ist der Ausgangspunkt seines künstlerischen Schaffens. Lo que sucede es que nunca recrean esos elementos tal cual existieron desde un punto de vista descriptivo o realista, exacto, sino que son trasladados, sacados de contexto, interpretados e incluso difuminados en ocasiones a propósito para conseguir las más de las veces otros efectos, los más potentes artisticamente hablando. Es ist so, er geht also bei diesem Neuschaffen nie jetzt eins zu eins von realistischen oder 100% exakten Beschreibungen aus, sondern er interpretiert diese Realitäten, die er weiterverarbeitet, auch verwischt und das mit Absicht, weil er andere neue Effekte schaffen will und das macht auch seine Kunst aus. Pero aún hay más y es la capacidad que tienen de trascender y universalizar esas cuestiones concretas, particulares, locales o racionales. Por eso Buñuel, aun siendo radicalmente español o hispano-mexicano, es al mismo tiempo un director universal porque también tiene una formación y mentalidad muy francesas. Es ist so, also Buñuel geht also von dem Alltag und dem Innenleben aus, ist aber auch einer, der davon ausgehend also diese Fragestellungen universalisieren kann und obgleich Buñuel ist also einer der spanischsten filmregisseure überhaupt, gleichzeitig ist er aber auch sehr, sehr stark von Frankreich und der französischen Kultur beeinflusst. Y esta película es una buena muestra de todo eso. Pues se inscribe en la tradición del marido celoso dentro de una sociedad dominada moralmente por la religión católica y las buenas costumbres. Pero al mismo tiempo es un estudio exacto del comportamiento de un paranoico aquejado de ese mal en el marco de una concepción tradicional del matrimonio, donde la mujer era una posesión del hombre al que se le debía obediencia y sumisión. Ja, und dieser Film, den wir jetzt gleich sehen werden, der reiht sich ein in die Tradition der Filme über eifersüchtige Ehemänner und diese eifersüchtigen Ehemänner, die findet man also vor allen Dingen in den Gesellschaften, wo die katholische Religion praktiziert und auch die guten Sitten, wie sie seinerzeit in Mexiko und Spanien üblich waren. Pero al mismo tiempo, ya dije antes que es una francesado, con deudas reconocidas al entomólogo Jean-Henri Favre y segundo al marqués de Sade. De la elección de ambos surge una visión del ser humano como un insecto, sometido solo a sus instintos primarios y sin ningún sometimiento a normas o reglas morales. Buñuel film para ilustrar mit eingebaut hat. Con esto, todo esto quiero decir que es imposible no ver que el mismo autor Luis Buñuel es el que se nos disfraza bajo la apariencia de Francisco Galván y después de Arturo de Córdoba. Y no hacía falta ir muy lejos por la generación a la que pertenecía era así. El disfraz lo utiliza el artista para disfrazarse él mismo al ser humano que se encuentra con él o detrás de él. Pues en esa dicotomía hombre-artista es donde nace el ser privilegiado que llamamos artista hasta el punto de que uno puede suplantar al otro y anularlo. Ja, und Buñuel liebte die Maskierung und die Verkleidung und in diesem Film ist er also auch in verschiedene Personen geschlüpft zum Beispiel in Francisco Galván und andere und er hat also auch diese Verkleidung oder Maskierung benutzt, um das den Menschen und seine vielen Facetten zu zeigen und auch er selbst hat also immer wieder versucht dieses heraus, also in verschiedene Rollen zu schlüpfen und diese Rollen auch zu verfremden. Aber Masken oder versuchen, Intimität darzustellen, seine eigene Intimität gehütet, wie seinen allerkostbarsten Augapfel. also er hat immer wieder versucht und das auch gegenüber seinen engsten Freunden, Bekannten und Verwandten diese Intimität zu wahren und hat auch versucht, ihnen gegenüber so ein richtiges Vexierspiel zu spielen und das, was eigentlich war oder wo man dachte, ja, so ist es, hat er aber wieder konterkariert, sodass es unwahr schien und hat sich dann richtigen Spaß daraus gemacht. Und ein Zeloso von seiner Intimität ist ein Zeloso Integral, weil además man hat die certeza de que lo íntimo no tenía por qué conocerlo nadie, no había que airearlo, los trapos sucios en casa, se dice en español, y los limpios también, claro. Ja, und wie gesagt, da ihm ja so sehr an der Wahrung seiner Intimität gelegen war, war er also auch total dagegen, dass also seine Intimität irgendwie da nur ein Luftzug dran käme und ihm lag es sehr fern, die dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit oder überhaupt vor anderen Augen zu waschen und er sagt dann noch etwas schelmisch in Klammer also auch die saubere also es darf nichts an die Öffentlichkeit oder nach außen dringen Ja, und diese Intimität oder dieses Intimität war, das galt also auch und insbesondere für seine Ehefrau und die Ehefrau hat es also und wir sehen sie also hier abgebildet und die hat also auch ihre Memoiren geschrieben und diese Memoiren haben den bezeichneten Drittel eine Memoiren einer Frau ohne Klavier In In ese libro titulado así Por los celos que le suscitaba al propio Buñuel el profesor de piano que tenía su mujer Ja und der titel der geht also auf den klavier lehrer dieser ehefrau zurück auf den Buñuel sehr sehr eifersüchtig war Llegó a prohibir totalmente que tuviera lecciones de piano Por eso se titula así Ja und das ging so weit dass Brunuel seiner ehefrau die Klavierstunden verboten hat Y en unas declaraciones a Helena Poniatowska una de las grandes entrevistadoras mexicanas y periodistas mexicanas todavía vive le confesó lo siguiente lo tenemos ahí entrecomillado Ja und Helena Poniatowska ist eine der großen mexicanischen Schriftstellerinnen und Journalistin und der hat er in einem Interview gestanden und das haben wir also hier le dijo lo siguiente Luis es celoso es enfermizamente celoso me ha tenido encerrada toda la vida desde antes de casarse conmigo ya me celaba Ja und in diesem Interview da heißt es also Luis der ist extrem eifersüchtig und bereits vor unserer Ehlesung hat er mich sozusagen eingesperrt und überwacht und das ging das ganze Leben so Yo era muy buena profesora de gimnasia mira hasta donde levanto la pata y en efecto hace una demostración sorprendente y sus piernas son muy bellas con sus medias detenidas por un liguero pero nada nada nunca me dejó continuar y ahora tengo que esperarlo aquí sentada en la casa sin moverme si no estoy sin tranquiliza cualquier cosa que rompa su rutina a él lo saca de quicio es el más formidable creador de rutinas que puedas imaginar y alles was also von der rutina oder vom alltags ablauf abweicht das martin ganz kirre also ich habe selten jemand gekant der also so erfindungsreich in der schaffung von alltags ritualen und abläufen ist Viste la película Él que filmó con Arturo de Córdoba Bueno pues Él ese loco ese hombre que espía a su mujer corroído por los celos ese es Luis Esa película es su autobiografía Ja und hast du also den film von Arturo de Córdoba gesehen und also dieser Arturo das ist er und es ist dieser verrückte und das ist Luis und dieser Film ist seine autobiografie und schon in Paris wenn als wir noch verlobt waren wenn jemand also nur ein Kopf nach mir um trete dann wurde Luis ganz rot vor Wut und ich bekam Ärger mit ihm Pero no solamente él sino también un cuñado llamado Pedro García Orcasitas que era el marido de su hermana Conchita acaso entre sus hermanos la más parecida a él Lo que sabemos del cuñado que para más señas era capitán de aviación militar es que era de armas tomar nunca mejor dicho autoritario intransigente intolerante y machista a ultranza por supuesto un fenomenal en toda regla que diríamos ahora Pero por otra parte tenemos la lectura de un libro titulado precisamente él de una escritora española canaria Mercedes Pinto escrito en 1926 también residente en México una mujer pionera del feminismo en España y que fue expulsada por el dictador Primo de Rivera tras pronunciar una conferencia pasmense en el año 1923 titulada el divorcio como medida higiénica que ya Und die wurde also des Landes verwiesen, weil sie im November 1923 einen Vortrag gehalten hatte, die Scheidung als Hygienemaßnahme und das führte zu einem Exil, dessen Station Paraguay, Argentinien, Chile und, schließlich 1943, Mexiko waren. Die war verheiratet und es war wieder ein Militär und zwar hieß der, also es war ein Kapitän der Marine, der hieß Juan de Foronda y Cubillas und in diesem Roman, also in diesem Roman L, schreibt sie über die Höllenqualen und die Torturen, die sie also im Rahmen ihrer Ehe, also im Laufe ihrer Ehe erlitten hat. Und die, ja, und mit ihm, also die beiden hatten drei Kinder. La sola lectura de algunos párrafos de la novela nos puede dar idea de lo que vamos a ver, aunque hay que tener en cuenta que en toda adaptación cinematográfica de una obra literaria y más en Buñuel, nunca hay una fidelidad completa al texto original. Also, wenn man sich ein bisschen in das Buch einliest, dann wird man schon eine große Ähnlichkeit zu dem Film feststellen, den wir anschließend sehen werden. Allerdings ist diese Ähnlichkeit also nicht so groß, also die literarische Adaption war nicht so groß, dass man sagen könnte eins zu eins, es gibt da noch Abweichungen und Nuancen. Und jetzt Acqu constrained. In diesem Fall, in diesem Fall hat sich sehr stunden, die manufacturepfeierungen von B guarantee, die A noche der Böden, zum Beispiel, oder den Viaренal a Guanajuato, zum Beispiel. Aber die ist die Häuser da eine Divergenzien, zum Beispiel, zum Beispiel, dass diese kleinen Dimenshiken da, die viele Arten, die elementen zu sehen, die wieder nichts zu sehen, und die that sind die 보너偶en, die' selbe im Moment, das ist das Maximum dieses Filmsendens her. Es ist so, also es gibt schon Übereinstimmungen zwischen dem literarischen, also dem Roman und El und dem Film El von Buñuel, beispielsweise, also in beiden Werken gibt es eine Hochzeitsnacht, es gibt eine Reise nach Guanajuato, es liegt in Mexiko. Es gibt aber auch eine Reihe von kleinen und größeren Unterschieden, die einem auf Anheb vielleicht gar nicht so sehr auffallen, die aber doch, und darin liegt auch Buñuelts Meisterschaft, wo er also verschiedene, zum Teil auch sehr geheimnisvolle Dinge miteinander verbindet, oder das, was eigentlich nicht verbunden werden könnte, das zeigt er doch aber auf eine ganz andere, mysteriöse Art. Aber ich werde nicht sein, der diese Vatizien des Mysteriums revelen. Sie müssen sich die, die sie entdecken, entdeckend sich in den sinnvollen Verzweiflung, die Buñuel lesen. Aber Sie dürfen jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt die ganzen Geheimnisse enthüllen werde. Also das müssen Sie jetzt schon selbst tun, wenn Sie sich den Film anschauen werden. Da gibt es also eine ganze Reihe von Rätseln, die also auch auf eine sehr gewundene und verschlungene Art miteinander verbunden sind. Danke nochmals, Javier, für diese Einleitung. Eine erste Frage, also wenn wir mindestens die Ehefrau von Luis Buñuel glauben, dann ist es ja ein sehr autobiografischer Film. Aber trotzdem dann auch eine satirische Übertreibung, sagen wir, seine eigenen persönlichen Eigenschaften. Ja, also der Film... Er hat zweifellos sehr starke autobiografische Elemente, allerdings ist es also jetzt nicht nur Buñuel's filmische Autobiografie, sondern es wurde ja bereits das Buch der Roman erwähnt. Und dann ist ja dann noch auch Buñuel's Schwager und alle diese drei Elemente sind in den Film eingegangen. Also man muss ja sagen, also es gibt jetzt also nicht eine eins zu eins umsetzung im Film, also das, was die Autobiografie... Buñuel's ist in was dann im Film rüberkommt oder in dem Film gezeigt wird. Man darf ja auch gar nicht vergessen, dass Buñuel ja sehr stark, also es ja auch ein Vertreter des Surrealismus und dass diese Aspekte auch sehr stark in seine Filme mit eingeflossen sind. Ja, also gibt es sehr, 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 sehr. Also gibt es ja auch eine ganz starke Bildsprache. Erinnern Sie sich also nur an diese Nadel, mit der das Schloss durchdohren werden sollte? Und wenn man da noch weiter so die Bildwelt spannt oder an den andalusischen Hund sich erinnert, und da wurde ja auch so das Auge durchdohren. Und es ist ja auch so, also Buñuel will ja mit der klassischen Bildsprache brechen und sucht also neue Wege des Erzählens und da ist ja, da basiert auch viel auf dem Surrealismus. Ja, und wie der Bild sprach, also Sie werden sich vielleicht erinnern, also an diese Schnur, mit der er sich ja also auch so würgen wollte. Und das geht also noch weiter. Eigentlich, was er im Grunde genommen damit wollte, war also die Klitoris zuzunehmen. Es decir, mentalmente, toda esa generación de Españoles, incluido Buñuel, podía ser así, Ja, und die ganze generación, der Buñuel angehört, also die hätten ja zu solchen Bildern finden können, und er hat einfach die Fähigkeit gehabt, dafür eine Bildsprache zu finden. Ja, und das war also auch eine Art, Dinge, die nicht explizit ausgesprochen worden ist, über so eine indirekte Anspielung und eine Bildsprache zu transportieren. Du hast Jacques Lacan in deinem Vortrag erwähnt. Du hast dich referiert an Jacques Lacan in der Konferenz, ja. Und natürlich faszinierte ihn zum Beispiel diese Szene mit dem Strick und der Nadel. Ja, wie Jacques Lacan le faszinou mucho esa Szene con la cuerda y todo eso. Also, Bildsymbolik. Aber ich fand auch, dass der Blick eigentlich den ganzen Film strukturiert, irgendwie. Das ist ein Film zu den Blicken, von den Blicken. Ja. Und das ist ein Film zu sehen. Ja. Und das ist ein Film. Buñuel ist in Paris und schreibt a Luisa Alcoriza, co-guionista suyo, diciéndole die Erdrechnung, die er so liebt. Ja, und Buñuel war ja in Paris und war auch mit seinem Co-Regisseur Alcoriza und dem gegenüber hat er kommentiert, dass er gar nicht versteht, was Lacan denn so an diesem Film fasziniert und was er daran so toll findet. Es decir, que ellos, in este caso Buñuel, crean determinadas obras, pero que luego el sentido último se lo dan los espectadores y sobre todo este tipo de espectadores tan especiales, no? Ja, und es ist ja so, also Regisseure wie Buñuel oder andere, die schaffen halt eine Bildsprache, aber so, dann braucht es ja also auch so Interpreten a la Lacan, die dann das Ganze also auch verbreiten oder die Anerkennung auch liefern, die der Filmemacher an sich nicht direkt geben kann. Ja, und dieser Film, also er wurde ja auch in Cannes auf den Filmfestspielen gezeigt. Ja, und dann sagte Jean Cocteau, damit hätte Buñuel so filmischen Selbstmord betrieben und sich dann als Filmemacher ruiniert. Le dijo que había terminado prácticamente su carrera. Ja, und damit hätte er auch das Schluss oder das Ende seiner Karriere eingeleitet. Eine Frage hier. Ja. Und ein Hinweis, also ein bisschen Zeit für die Übersetzung zu lassen. Genau. Die erste Frage ist, ob er weiß, ob Hitchcock den Film gesehen hat, bevor er Vertigo gemacht hat. Totalmente. Die zweite Frage ist, ob das Haus im Stil des Art Deco, Quinticircle, das ist Ornament, Ornament. Also diese Frage, es freut mich sehr, dass Sie die gestellt haben. Ja, und das Haus ist nämlich das autobiografischste Element dieses Films. Das Haus ist aber im Stil des Art Deco, Quinticircle. Es ist, das ist nicht, das ist nicht Surrealismus und das ist nicht Funktionalismus. Es ist alles im Stil, im Art Deco, Stil. Genau, genau. Aber das ist ein anderes ästhetisches Programm als Surrealismus oder Funktionalismus. Ja, also die Basis ist Art Deco, aber Buñuel fügt halt noch so seine ganzen Traumwelten dazu. Und die letzte Frage, es gibt zwei große Helden in der spanischen Kultur, Quirote und Don Juan. Beide sind monomanisch. Das sind keine Helden wie Odysseus. Nein, sie sind Héroes wie Odysseus. Er ist auch so ein Anti-Held. Und es ist irgendwie seltsam, aber ich habe den Eindruck, dass auch dieser Film von Buñuel typisch anarchistisch ist. Weil Anarchisten denken immer an die Kommune, an das Zusammenleben. Weder Quirote, noch Don Juan, noch er können mit jemandem zusammenleben. Also Sie haben ein tiefes und durchdringendes Verständnis von diesem Film, weil das sind das, was Sie gesagt haben, das sind so die Schlüssel zur spanischen Kultur oder zum tieferen Verständnis der spanischen Kultur. Se nota, dass Sie eine sehr agühe. Ja, also Sie haben wirklich den scharf gestochenen Blick. Ja, und genau dies sind aber diese eingangs erwähnten Geheimnisse und also diese verschlungenen Bildwelten, also die sich nicht direkt erschließen, sondern eben mit diesem scharfssinnigen Blick. Ja, was aber jetzt noch fehlt, und das ist ja auch eine große Gestalt der spanischen Literatur, ist die... Ja, und in diesem Fall ist es aber jetzt keine Celestina, also eine Frau und Celestina ist die Kupplerin, sondern es ist ein Celestino, also ein Mann. Es scheint auch, es schien mir mindestens, dass es mit der Gartenszene eine Anspielung auf... eine Anspielung auf... eine Anspielung auf L'Age d'Or, Bonnets frühen Film, zu geben. Total. Ja, aber auch gewisse Momente im Film, die eigentlich sehr stummfilmartig waren. Also, Bonnets frühen, die immer wieder aufgreift, auch variiert, und die sich wie ein roter Faden durch seine Filmografie ziehen. Ja, also es gibt Anspielungen auf das Goldene Zeitalter, aber auch auf den Würgerengel. Also, zum Beispiel, wenn Santo am Klavier sitzt und spielt. Und das ist so die ureigene Bildwelt, die jeder Filmschaffende in seinem Werk entwickelt. Und es gibt noch viel mehr. Por ejemplo? Also, ich habe gesagt, dass ich darüber gesprochen habe, aber jetzt noch nicht. Ja, also... Die Influenz der Hitchcock ist klar, in Vertigo. Also, es gibt also Elemente, die in Franziskus und auch in Vertigo gegen Vertigo sind. Der Thema der Fähne. Ja, also... Und zwar die Thematik der Füße. Der Thema der Fähne, die fingen auf den K Und das Fetischismus des Zapatos der Frau, also das Fetischismus gegenüber Frauen, die dann umgedreht werden. Das hat also einen Bezug zu einem Verbrechen. Diese großen Genies, also die großen Filmregisseure, die verstreuen immer so ihre Duftmagen in dem Film, wo sie dann an Gegenständen Themen aufgreifen. Weitere Fragen vom Publikum? Ja, doch, da hinten. Eine ganz einfache Frage. In diesem Film und auch in Angel Exterminador, die Charakters, die sind super reiche Leute. Warum das? Ja, das ist halt die Thematik des Bürgertums und wirklich des Oberen Bürgertums. Buñuel decía, dass es das, was er am besten kennt. Und Buñuel hat auch einmal gesagt, also das, was er am besten kennt, da zeigt er also auch am stärksten die satyrischen Elemente dieser Welt. Und so seine Vorstellung ist auch die, also je höher man, also sozial steht, desto mehr Probleme hat man auch. Ja, und denken Sie nur also an den Film, also die Enttäuschung der Bourgeoisie. Also das ist auch schon bei ihm eine Fixierung. Es gibt auch im Film diese ganze Geschichte des enteigneten Eigentums, dass Francisco versucht, wieder in Besitz zu nehmen. Und denkst du, dass es dann auch so etwas wie ein strukturierendes Verhältnis mit seiner Eifelsüchtigkeit hat? Ja. Und die Begrüßung ist, wie man diese Fähigkeit mit dieser Fähigkeit links gibt, die Begrüßung ist mit ihm? Und wie man Bad ist, wie man das, was es mit den Hähnchen? Eine Rolle, die Begrüßung ist mit dem Gewöhnlichen Fähigkeiten, und dann die Pofeßung zwischen allen den Medien. Und die Bibelkünfte, die Bibelkünfte, die Gesellschaft in diesem Fall, Ja, also es geht einerseits in seinen Filmen um Besitz, auch um das Verhältnis oder die Beziehung zu den Objekten und dann muss man ja auch noch die drei strukturierenden Mächte, allen voran die katholische Kirche, mit berücksichtigen oder einfach in dieses Bild einfügen. Resulta que el cura es el ultimo recurso que tiene la pobre mujer. Ja, und der Pfarrer, das ist also das letzte, den letzten auf dem Thema, also wenn alles scheitert, zurückgreifen kann. Ja, es que es un Thema que conlleva muchas lecturas, no? Ja, und diese Thematik, also, die lässt mehrere Lecturen zu. Ja, also erstmal, also wirklich so, diese Übermacht der katholischen Kirche in der damaligen Spanien, aber auch in Mexiko. Ja, und er war also auch der Prototyp dieser Art von Gesellschaft, also er und der Pfarrer. Ja, und letztlich, also auch so des Prototyp des Spanischen Mannes aus jener Zeit. Ja, und er hat also auch vorher keine Frauen gekannt, es war wirklich die erste. Ja, und da gibt es also wirklich viele tiefe Verbindungen. Ja, und ich weiß nicht, ob Ihnen das nicht auch aufgefallen ist, also so das Thema des Dreiecks. Ja, und wie gesagt, es gibt also immer Dreiecksformationen, also zum Beispiel mit der Mutter, dann mit den anderen. Und deswegen habe ich also auch von einem Celestino, also einem Kuppler gesprochen. Ja, und es gibt noch ein weiteres Dreieck, also das ist er mit der Frau zusammen, aber der Haus, also der Major Domus, der steht dann mittendrin. Formas de proyectar una problematica homosexual latente. Ja, und das ist also auch, also in diesem Fall, eine Möglichkeit, also so eine latente Homosexualität sichtbar zu machen oder anzudeuten. Por eso digo, Buñuel hace una película diferente, cogiendo los mimbres de las obras, en las que se basa, y en su propia experiencia. Ja, und Buñuel's Filme entstehen, also die haben so zwei Beine, auf der einen Seite geht da von seinen eigenen Erfahrungen aus, aber dann auch von anderen Kunstwerken. In der Novela de Pinto, por ejemplo, la Beata es sie. Ja, und in dem Roman von Pinto, also diese fromme oder diese gottgläubige, das ist sie. Y el marido era un hacha en los negocios. Ja, und der Mann, das war halt einfach ein Geschäftsmann. Sin embargo, aquí aparece como un desastre, que quiere recuperar unos terrenos del Imperio. Ja, aber jetzt hier im Film ist das einer, also der geschäftlich nicht so erfolgreich ist, sondern sich um irgendwelche Grundstücke bemüht und das aber nicht so gut hinkriegt. Pero el trasfondo es el mismo, o sea, el fondo, el fondo, de todo. Ja, aber so der tiefere Beweggrund ist der gleiche oder bleibt der gleiche. Weitere Fragen? Ja, hier, die Dame. Ja, ich finde es irgendwie super interessant, dass er so eine scharfe Kritik macht von diesem Caballero Español und die spanische Gesellschaft, die Kirche. Aber dass er auch mittlerweile dargestellt wird, dass er so einfach sucht war. Und diese Kombination, finde ich sehr interessant, dass man das erkennt, dass das vielleicht eine Kritik ist, aber man mittlerweile auch da drinnen steht. Die Frage ist, warum für ihn, also er erkennt, dass etwas vielleicht nicht stimmt, er möchte eine Kritik äußern, aber er ist trotzdem auch so ein Mann, der sehr einversüchtig ist. Und warum wollte man so etwas machen, wollte er sich so ein bisschen darstellen, ein bisschen Selbsttherapie machen durch den Film, weiß ich nicht. Ja. Und wenn er, über diese Film, ein Aktuelles von dir aus, er ein Aktuelles Teraphäischer, kann man sich nicht mehr... Ja. Kannst du mir das? Ja. 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 Totalmente simbólica, de acuerdo con sus poéticas y de acuerdo con su imaginación y de acuerdo con su cultura. Ich hatte das ja schon eingangs in dem Vortrag erwähnt, also so alle großen cineasten, also die gehen von ihrem eigenen Leben aus und entwickeln dann also eine Symbolik und eine eigene Bildsprache. Pero no hay un intento ahí de terapéutico, por parte del Director. Also, aber so ein therapeutisches Interesse, sodass man sich durch einen Film selbst heilen könnte, also das gibt es nicht. Also, bei Bunuel. Seine Frau hat im Film wahrscheinlich geschaut. Seine Frau. Sí, sí, claro. Ya leímos lo que opinaba en las declaraciones a Poniatowska. Dice, ha visto usted él, dice, pues es él. Das habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, also die Frau hat ja auch in diesem Interview mit Elena Poniatowska sehr klar gesagt, wie sie das erlebt hat, also den Film zu sehen, aber auch wie sie im realen Leben behandelt wurde. Ja, und in dem Film wird er auch eher Mauro genannt. Und dazu Mauro, das ist jetzt die klassische Übersetzung, aber das hat jetzt noch einen Beigeschmack, wenn man also, eigentlich müsste man es mit Otelo übersetzen, also das war wirklich ihr Sklavenhalter, der, ja, eifersüchtig wie Otelo war. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass es also Spanien eine starke maurische Tradition gibt. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Frau in seiner Zeit diese Rolle akzeptiert haben. Ja, genau, und das ist auch für mich ein Punkt, weil sie, das sieht so aus, sie akzeptiert, dass sie diese Rolle hat, oder teilweise, aber er macht das auch mit seiner Frau, und das finde ich schon super interessant, das ist auch keine Frage, aber das finde ich sehr interessant. Ja, also das gibt es im Film, die eifersucht und im realen Leben auch. Ja, also, wie gesagt, das war jetzt wieder nicht eins zu eins, also so wie es im Film war, ist es auch im Leben, aber nur mal so als Detail, die, wo Noel war mit seiner Frau verheiratet, aber die hatten ihr Leben lang getrennte Betten. Ja, und die Kinder haben mir erzählt, also wenn sie nicht Punkt 10 zu Hause waren, sondern die Haustür war zu, und sie mussten also irgendwo bei Freunden übernachten. Ja, und das Ganze hat also Juan Luis Buñuel erzählt, und ja. Und Raphael, der lebt noch und lebt heute in Los Angeles und ist fast zwei Meter groß. Ja, und das ist also, ja, die Beziehung, die er zu den Söhnen hatte. Ja, und das mit der Pünktlichkeit, das hatte obsessive Züge. Ja, und das mit der Pünktlichkeit, das war bei ihm wirklich obsessiv, wenn er also gesagt hat, also in drei Wochen ist der Film fertig, dann war er auch fertig, und er hat also auch immer noch bei den Produzenten Geld rausgeschlagen. Su mujer era una, sobre todo la valoraba por que era una gran cocinera. Ja, und seine Frau, also die hat er vor allem geschätzt, weil sie eine große Köchin war. Ja, und in seinen Archiven findet man also auch wirklich eine lange Liste mit Gerichten, die er gerne mochte. Ja, und man darf also auch nicht vergessen, also dass zwischen oder hinter diesen großen Genies, also auch Menschen sind, oder dass sie Menschen sind. Ja, und ich bin froh, weil mein Abonniere hatte die gleiche Zeit, und ich bin froh, wie mein Abonniere und meine Abonniere. Ja, und ich kann das bestätigen, also mein Großvater und meine Großmutter, die hatten etwa das gleiche Alter wie Bonoel und seine Frau, und hatten auch ein ähnliches Verhalten, also mir ist das auch ein bisschen vertraut. Ja, und die haben sich also wirklich geliebt, haben sich gegenseitig vergöttert, Ja, aber es war halt die Zeit auch. Vielleicht Zeit für eine allerletzte Frage vom Publikum? Ja. Dann hatte ich auch keine... Oder hier, ja. Ja, ich weiß nicht, ob die Frage, also es ist eigentlich eine einfache Frage zu dem Hergang des Films, und ich möchte einfach nur nicht hier rausgehen, und das Gefühl haben, ich habe vielleicht irgendwas völlig falsch verstanden. Und zwar geht es ja darum, dass es ziemlich am Anfang in der Erzählung einen logischen Bruch gibt, ja, mit dem Kennenlernen, das Francisco mit dieser Frau hat, die er angeblich, wie ich meine, schon kannte. Dann sehen wir nach dieser Kirchenszene, diese Szene, wo sie und ihre Mutter in seine Abendgesellschaft eingeführt wird. Und dann erkennt sie ihn natürlich offensichtlich, die Mutter aber nicht. Wenn man jetzt an das Ende des Films anknüpft, das ja wieder in einer Kirche fast endet und er sie und Raul hineingehen sieht, sehen wir später ein ganz anderes junges Paar. Also ich habe dann daraus geschlossen, sie sind es gar nicht. Und es mag ein Kunstgriff von Buñuel sein. No, es ist das, was er sieht. Como enfermo, la paranoia es eso. Ja, aber das ist, ich muss das ergänzen, also das ist das, was er sieht, und das sind so seine paranoiden Vorstellungen. Er will das sehen. Weil er muss ja Recht haben. Und innerhalb seiner schon sehr krankhaften Logik muss ja irgendwie alles zueinander passen und Sinn machen. Das habe ich mir schon so ungefähr gedacht. Meine abschließende Frage wäre dazu eben gewesen, ob der Film teilweise scheinbar vorschlagen will, dass das Ganze bis auf die Auflösung mit seinem Nervenzusammenbruch und die Einkehr in das Kloster, dass er sich das alles nur eingebildet hat, dass er mit dieser Frau zusammen war. Ja, alles ist also ein Produkt der Vorstellungswelt eines Geisteskrankten. Ja, und wenn das Ende des Films ist also ein typisches Bunuel Ende und entspricht dieser gewundenen, geheimnisvollen Rätselwelt, die ich auch schon eingangs erwähnt habe. Se hat interpretado como eine Maldición Diabólica, por ejemplo. Also, es gibt da mehrere Interpretationen. Eine dieser Interpretationen lautet, ja, es war ein Fluch des Teufels, oder? La Maldición Diabólica es que al final, quieras o no quieras, pues estás atada. Und damit will man sagen, also, egal wie das jetzt ausgeht, du bist gebunden. Und die Ambigüedad, por ejemplo, des Hijo. O sea, das ist típicamente jugar, jugar mit dem Sprechner. Ja, und also auch diese Zweischneidung, oder diese Ambigüität, mit dem Sohn. Also, das ist auch so typisch der Vorstellungswelt von Bonoel entsprungen. Ja, el final, claro, es sadiano, totalmente sadiano. Que es sadiano. Ja, und das Ende, also, das ist pura de Sade, also Marquis de Sade. Gut, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, ein großer Dank an dich, Javier, dass du bei uns warst. Ich bin sehr geehrt. und also, wir machen jetzt eine kleine Pause in der Reihe, wir kommen zurück Ende April mit der Fortsetzung der Reihe. Wir haben eine ganze Menge weitere Firma und Vorträge. Es gibt eigentlich auch kein Flugblatt, das verfügbar ist. Ja, das liegt da außen auf dem Tisch quasi aus. ihr könnt dort auch die weiteren Sitzungen konzertieren. Und vielen Dank auch an Margret Klingler-Clavijo für die Übersetzung. Ja, vielen Dank für die Übersetzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.